so ihr zwei viel erfolg 23 meter ich denke er hat sich verrechnet aber danke eurem partner big und ich fahre euch heraus mit mir und send up pedal im stadthafen mal gucken wer dort weiterkommt 23 meter hier lieber david lieber dennis ich habe mich der disziplin schuhweitwurf gestellt von eurem partner big und fahre euch jetzt der challenge paddeln gegen mich bei uns direkt auf dem vereinsgelände heraus ich freue mich lieber dennis lieber david ihr habt es gesehen und ich habe es vorgemacht in der sportart von eurem partner big direkt schuhweitwurf und jetzt geht es aber los in meiner sportart hier gegen mich wir sehen uns im kann und park mal kleeberg lieber dennis lieber david ich würde schon fast sagen ich habe euch in eurer sportart geschlagen beziehungsweise in der sportart eures partners big schuhweitwurf und ich würde sagen jetzt könnt ihr mal probieren was ihr so drauf habt in der turnhalle gegen mich bei den 7 meter werfen ich freue mich drauf ich würde sagen jetzt geht es nicht so drauf ich würde sagen jetzt geht es nicht so drauf ich würde sagen jetzt geht es nicht so drauf ich würde sagen jetzt geht es nicht so drauf ich würde sagen jetzt geht es nicht so drauf Vielen Dank.